Hallo ihr Lieben, da ist ja wieder euer Uwe und heute an einem ganz besonderen Fleck, nämlich wir sind heute bei den Lagunas de Rodiera. Das ist ungefähr drei Stunden weg von Daimus, mitten im Land und am Anfang habe ich gedacht, naja, sollen wir wirklich diese drei Stunden fahren, aber ich muss euch eins sagen, es hat sich absolut rentiert, wir sind also hier auf einer Anhöhe, ungefähr 600, 700 Meter über Normal Null und hier oben gibt es eine Seenplatte von ungefähr sechs oder sieben Seen, wenn man jetzt mal die Kamera so ein bisschen schwenkt, so rüber, sieht man das so, davon gibt es sechs oder sieben Stück, hier oben und ich war so direkt fasziniert, wie wir hier ankamen, denn das Land ist flach, also hier oben wird so Getreideanbau und so, diese Sachen werden gemacht und dann auf einmal kommt man in wieder bergiges Gelände und kam mir direkt vor, wie in der Dominikanischen Republik in Peternales, also richtig so das Gestein, das Gestrüpp, dieses öde Land und fährt man so wieder in Berge rein, in Serpentinen natürlich auch klar, aber in kleine und wenige und erreicht dann hier diese Gegend mit diesen Seen, also wahnsinnig attraktiv zum Anschauen und egal wie, ich werde das hier anbieten, schon mal alleine als Ausflug, weil das ist traumhaft schön, was man hier sieht. Wie das mit der Taucherei hier aussieht, das müssen wir noch rausfinden, aber wenn die Kamera jetzt mal so ein bisschen runter geht, seht ihr hier auch schon mal, das Wasser ist kristallklar, ja, und hier hätte man zum Beispiel so ein bisschen Einstieg, nur man muss halt mal schauen, hier gibt es so ein paar Hotels, hier gibt es so ein paar Kajakverleihstationen, ob man da über den Steg eventuell ins Wasser kommt. Es soll hier auch in dieser Höhle, in diesem See, den wir hier haben, eine Höhle geben, wo die jetzt genau ist, muss ich noch rausfinden, es gibt da auch ein paar Videos auf YouTube, aber ob die jetzt genau hier ist oder woanders, das muss ich noch eruieren, aber ich sage euch sehr ehrlich und offen, traumhafte Landschaft, traumhafte Tour, traumhafte Gegend, also hier könnte ich auch mir vorstellen zu leben, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wunderschön. Nur eins, ich kann mir auch vorstellen, dass es hier im Winter auch saukalt wird, ja, wir sind hier oben in den Bergen und das sollte man nicht vergessen, ne, und da sollte man immer drüber nachdenken. Ich werde euch so noch ein paar Eindrücke zeigen, natürlich mit Bild von diesen ganzen einzelnen Lagunen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.